ich denke euch jetzt wahrscheinlich so warum kommt jetzt so um vier uhr nachts einfach so ein random video und wo bleibt oder wenn ihr euch überhaupt das denkt das mit dem wir heute alle spieldinger sind drei spiele über die nacht angekündigt eins spiel davon schon nicht das spiel hat halt jetzt schon gespielt ich bin halt noch wach deswegen dachte ich will kaum nimm das auf und lade es dann trotzdem einfach direkt hoch und das andere spiel hatte ich halt einfach hoch wenn ich da nach dem aufstehen und da macht es im video einfach keinen sinn mit dem was alles heute kommt hier draußen ist schon auf drei spiele fertig sind deswegen macht es keinen sinn auf jeden fall hat heute tige es gegen macht zahlen gespielt natürlich haben sie ja einmal nur gespielt das spielte immer noch krass ist er immer noch macht alle 100 minuten tor schon neun beteiligungen in neuen spiel das ist ja anders krass ja hier drei tore hier auch zwei da auch eins da auch eins ich glaube ohne den wir dieses sein voll schlecht ohne witz ohne dem wenn sie wirklich ohne dem wenn sie wirklich nichts wir sind mit ihm sogar noch nicht mal richtig weit oben wir sind mit dem noch nicht mal wir sind zehn spiel gespielt denn eins davon schon nicht beschritten auf jeden fall da fuck wir sind nicht mal mit dem voll krass da sind ja die hier zum beispiel krasser was sind die überhaupt aha zehn toren zu hinspielen ja ihr braucht auf jeden fall noch einen der tore schießt ihr könnt euch nicht nur auf einen verlassen dann ist auch einfach verletzt bleibt fällt drei spiel aus und gewinnt dann kein zwei hat keinen anderen habt der tore schießt oder schon aber wahrscheinlich keine der wie am fließband Tore schießt wie er zum beispiel ist nicht mal so krass ja gut die haben ja auch mehr als die halb der spiel hatte verloren küsse gehen raus wo waren die dann letztes jahr zweiter was die spiel und hin spiel ich bin ja nicht nur drück spiel die spiel nur einmal hin wenn es so ist ja da sind die ja mega schlecht aktuell ich habe nur noch sieben spiele und dann ist die sache zu ende ich bin wirklich nur 17 spiele ja dann kann man ja ja die hat ja die hat ja komplett eingeschissen aber gut sie gehen raus einfach rein hier steht ja mal 8 punkte 0 punkte 19 ich jetzt nicht man kann nicht absteigen sooo Intelligenzbest ist ja ein Liga steht schon wieder anders aus ja und ich strecke das Video auf 5 Minuten 6 Minuten ja dummheit